hallo liebe stefanie lo show ist ja mir ein wirkliches bedürfnis und ich würde dich gerne unterstützen und wie kann ich als siri berlin das gut machen ich habe mir gedacht ich stelle eins meiner bilder zur verfügung für dein fundraising für die cd und zwar dieses hier und zu dem preis der hier oben eingeblendet ist oder zu dem betrag diese radio sitzt da hinten in der ecke ist dieses bild ersteigerbar beziehungsweise wer den betrag x der hier eingeblendet ist beim crowdfunding erreicht der bekommt dieses wunderschöne bild ist einer favela nach geahmt und zwar von dem künstler nicholas j broughton den ich kürzlich imitiert habe aber eben mit einem berlin look oberbaumbrücke bvg neuköllner rathaus und hier unten ist auch noch das brandenburger tor wer da nicht lust hat für lo show weiter zu spenden da weiß ich es wirklich auch nicht also leute spenden und ihr kriegt dieses wunderbare bild ich freue mich wenn das was wird mit der cd bis dann tschüss